ja moin ich habe hier einen abstandshalter gebaut für das armband weil der und der die haben so eine kleine perle unter die können nicht verrutschen aber der in der mitte der kann hin und her und das ist ein stückchen aquariumschlauch ein stückchen aus dem baumarkt einfach leicht warm gemacht dann kann man den da gut rüberschieben fällt kaum auf und die perlen können dann nicht mehr scheuern ja zeige ich euch wie ich das hier abgeschnitten habe aber sonst ist ja nichts dabei sonst sage ich tschüss das habe ich hier aus dem baumarkt das ist das durchsichtige aquariumschlauch sage ich da einfach mal zu schneiden um ein gerade ab entweder kommt er an das wasser oder den schlauch einfach ein bisschen zwischen finger drehen das ein bisschen warm wird der passt echt rüber bin begeistert das ist doch eine feine sache oder jetzt können die nicht mehr zusammen scheuern und auffallen tut es gar nicht das ist doch eine feine sache von So, und da kann ich jetzt Minimaus wieder dran festmachen. Und egal, wo er hinrutscht, die können die nicht aneinander scheuern. Aber ich finde das klasse. Dann sage ich Tschüss.